Oh, ich kann gerade gar nichts machen. Fisch, alles klar. Jetzt muss ich hier einen Fisch braten. Moin Leute, heute Morgen zum Türchen Nummer 19 und wir spielen heute Shopping House und hier müssen wir jetzt einfach die Sachen kaufen. Also wir haben, es kommen jetzt hier die Wildscher, die wollen Items und die Sachen müssen wir eben kaufen. Der will jetzt zum Beispiel einen Wolleblock, das heißt ich hole mir jetzt hier meine Seite und mache schnell einen Wolleblock. So, was muss ich machen? Mach du am besten schon mal so Standardsachen wie Lederrüstung, komplette Lederrüstung, weil die kommt auch oft. Anhaltender sind wir jetzt noch nie gespielt und ich bin Profi darin. So, und ich mache jetzt schon mal so Standardsachen und nehme da auch direkte Eisenblöcke, Diamantblöcke und so raus. Immer so die Standardsachen direkt craften, Goldspitzsacker oder so kannst du direkt craften. Ich mache gleich mal das Eisenbeinkart. Zack. Muss man jetzt auch gleich, wir müssen jetzt einen Eisenbeinkart machen. Ja, das gebe ich ihm schnell. TNT mache ich auch schnell. Du kannst dabei so Standardzeug squatten, okay? Ja. Gut. Also Lederrüstung, vielleicht Spitzsacken oder so. Aber nicht Übermaß, nur eins immer. Weil es kann ruhig sein, oh Gott, ich habe das gerade verwechselt. Es kann ruhig sein, dass das auch nie drankommt, ne? Ja. Aber so Sachen wie Kuchen oder Dings hier was leuchten, das kann auslösen, das mache ich, das mache ich. So, ich muss kurz gucken, wie geht das nochmal. Genau, das war Quarz, Redstone. Oh Gott, oh Gott. Holz brauche ich noch. Und verwandelt das Holz am besten direkt in Eigenholz. Oder Holzdinger brauchst du gar nicht. So, dann mache ich Sticks, mache ich gleich ein paar Fackeln. Eins, zwei, drei, mache ich gleich mehr. So, Steine haben wir ja Gott sei Dank schon gebraten. Bombe ehrlich? Ja. Wie viele Sekunden noch? Ich habe ihn. Dölf. Okay, ich habe ihn. Und wenn wir zehn Smaragde haben, wenn wir zehn Items verkauft haben praktisch. Was ist das? Oh, das sehe ich gar nicht. Das ist mein Geschenk. Wenn wir zehn Items verkauft haben, kriegen wir einen zweiten Stand und dann haben wir zwei Villager auf einmal, okay? Ja. Also das Leuchten sind müssen wir nicht machen. Redstone Lampen mache ich mal. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, mach mal so Standardzeug. Ja, okay. Hast du schon wieder Rüstung komplett? Ja, habe ich. Mach zum Beispiel auch noch... Feuerzeug habe ich auch. Closed und Redstone, genau. Pf-Zack. Okay. Was gibt es noch für Standzeug? Mach am besten... Ach Gott, was hat Akron immer gemacht? Eisenschmerz, das mache ich schnell. Mach Schienen, mach Schienen. Okay, mach du das Eisenschmerz. Mach Schienen, Anna. Oh, nee, machs du... Ja, okay, ich mache die Schienen. Aber Schienen kommen auf jeden Fall auch sehr oft. Wie viel Zeit habe ich noch für das Eisenschmerz? Ja, genug 30. So, ich mache jetzt mal Glas statt Steine. Ah ja, Sand habe ich... Habe ich jetzt einen Emeralds bekommen. Du musst dir Hock... Ja, die Steine... Mach die Hock schnell. Zack. Und wenn man das eben übt, kann man da richtig gut sein. Alleine schaffe ich immer so 60 Items. Okay, Lederrüstung, das hast du. Das habe ich, ja. Gut, klar, das haben wir jetzt auch schon. Oh Gott, ich würde jetzt irgendwas machen können. Ja, gut, Enderperle mache ich halt. Habe ich, warte, mache ich schnell. So. Äh, da, 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 hier. Ähm, was ist das? Schwarzes Geschenk TNT. Mach schnell TNT. Wenn du nicht noch TNT hast. TNT, ja, habe ich noch. Zack, so, diesmal weiß ich auch der Reihenfolge. Normalerweise habe ich das immer gewusst, heute nicht. Ah, anders, scheiße. Sand ist im Ofen. Oh. War es noch genug Zeit? Okay. Ja, 17, 16. Und rechts führen wir momentan nicht, oder? Ach, wir führen sogar. Aber, Alter, wir... Mach du den gar, weil ich weiß gar nicht, wie man den macht. Wir führen mit großem Abstand, fällt mir gerade ein. Die sind ja alle schlecht, Alter. Kommt ein Kuchen auch dran? Ja, ein Kuchen kommt auch dran. Aber das ist halt so viel, das brauchen wir eigentlich nicht. Gib mir schnell den Smaragd. Oder warte, ich mach die Tür. Ja, wir führen den Smaragd zu. Dann können wir einen zweiten Stand machen. Ja, warte. Danke. Okay, einen Braustand mache ich auch schon wieder. Geht einfach. Ja, ich weiß nicht, wie der geht. Einfach Cobblestone und... Was ist, wenn die Zeit abrennt? Ja, dann geht der einfach weg. Dann kriegt man auch keine Minuspunkte oder so. Ah, ja, stimmt. Ah, dann mach Eisendruckplatte. Die kommt auch auf. Ist das eine Holzdruckplatte gerade? Ja, mach eine Eisendruckplatte. Oder mach einfach mal Schienen. Mach einfach mal Schienen. Mach Detektorschienen, normale Schienen. Normale Schienen ja nicht. Detektorschienen, mach sowas mal, ne? Und ich möchte mal lesen, weißt du? Wie macht man denn Detektorschienen? Ja, guck, hier beim Villager. Bei dem Villager. Kannst du alle Crafting Rezepte angucken. Ne, da hinter uns, hinter uns Anna. Ah ja, gib den Lederhelm her. Ich hab kein Lederhelm mehr. Gott, dann kauf den schneller. Ich mach schneller. Aber guck, hier hinten, im Eck steht noch ein Villager. Da kannst du alle Crafting Rezepte angucken. Ups. Ein Bett, mach schnell ein Bett. Ja, hab ich eh noch genug Zeit. Für das Ding. Weiß ich nicht. Für die glitzernde Melone, meine ich. Hab ich nicht gehabt, oder? Ach, scheiße, der ist schon weg. Ofen. Das hätte ich eigentlich noch geschafft. Ne, das ist ein Werfer. Das ist ein Werfer. Besser. Ich mach den Drichter, mach du den Werfer. Ah ja, ich brauch eine Kiste. Wie mach ich denn einen Werfer? Ja, guck nach. Das war, glaub ich, Cobblestone. Ah ja. Da braucht man einen Bogen. Ja, das kannst du ja wohl machen, oder? Ich weiß nicht, wer einen Bogen macht, aber egal. Oh Gott, ich mach die Schüssel schnell. Du musst dich mal feilen. Ich hab keine Zeit mehr. Ich mach den Bogen. Ich hab keine Zeit mehr dafür. Ich mach schnell, ich mach schnell. Ich kann's auch nicht. Ich mach die Schüssel. Willst du... Koppel... Oh Gott, Schüssel hatte ich... Oh, last second. Nein, ich hab ihn nicht mehr gekommen. Egal, ich mach Pisten. Okay, wir müssen Pisten. Okay, das ist immer so ein Trick, ne? Äh, das ist eine Uhr. Mach ich schnell. Ich weiß, wann ich bin, was ich macht. Gold und Redstone. Ich weiß nicht, wie macht man denn eine Uhr noch mal? Gold und Redstone, Gold und Redstone. Gold in der Mitte. Äh, Redstone in der Mitte, Gold rundum. Aber nur vier rundum, ne? Okay, ich mach jetzt die Schienen. Das sind sogar normale Schienen. Ähm, das ist ja das... Da muss man, ähm... Deine Dinger nehmen. Haben wir... Ja, ist in dem Ofen. Ah, ich mach das schnell, ich hab's. So. Und da ist Glas drin. Okay, dann guck... Nee, das hab ich grad, das Glas. Ja, okay. Äh, hau mal ein Steak rein. Wie der Fleisch abt. Okay, ne Karte noch nicht. Also, dass du ein Steak hast und ein Schweinefleisch. Ah ja, gut. Ähm, ich brauch noch Papier. So. Bücherregal oder so lassen wir auch aus, ne? Und mir fällt grad ein, wir können schon längst wieder einen neuen Stand kaufen. Oh Gott. So war's, glaub ich. Ja. Penis, was ist das für ein Name? Bei euch muss man eben was toppen. Was ist denn Penis für ein Name? Ja, das ist so eine Abkürzung zwischen unseren Namen. Und wie lang dauert das Spiel? Ah, dann mach ne Angel, mach ne Angel. Wie lang dauert das Spiel? Weil das dauert irgendwie zwölf Minuten oder so. Das geht eigentlich, keine Ahnung. Alter, wir haben eh schon längst... Willst du mich verarschen? Wir haben ehrlich eh schon längst gewonnen. Ich hab gar nicht mal so lang Zeit für zwölf Minuten. Das geht locker, das geht locker. Warum sagst du mir das nicht? Das, mittlerweile du hast eh noch fünf Minuten. Ich hab dich vorher duschen gange. Alles klar. Ich hab die Schiene, ich hab die Schiene. Okay. So, ich kauf mal den neuen Stand hier, das können wir schon längst kaufen. Ich mach die Schiene, ich hab grad eine. Ja, ich hab auch grad eine gehabt, egal. Mach du die Holzsacke, ich mach die. Ja. Melone. Äh, Gold Nuggets. Oh ne, verkackt. Scheiße. Ich hab die Dings, du hast dir noch genug Zeit. Der will ne Westenlampe, die hab ich. Oh, Power-Chiene lassen wir einfach mal aus. Plattenspiele mach ich. So, das war glaube ich mit dem Tier. Wie macht man diese Melone nochmal? Ihr Gold Nuggets und ne Melone. Ah. Gold Nuggets um die Melone. Okay. Soll ich die machen? Ne, ich hab sie. Ja. Gleich. Oh, ich kann grad gar nichts machen. Fisch. Alles klar. Jetzt muss ich hier einen Fisch braten. Das tut mir aber sehr weh. Zack. Wie geht das mit der Halsachst? Okay, mach du die. Eisenhelm mach ich. Wo steht denn die Zeit? Die, wir hätten uns eigentlich einen Wieserspack runterladen müssen, aber das steht dann so vier Stunden, also vier Minuten noch. Die Stunden, du hast mir grad nicht die Angst gemacht. Schneeball, ja. Ja, genau, nach vier Minuten. Haben wir Schnee? Äh, Schnee? Was meinst du? Das ist kein Schneeball. Das ist ein Ende-Auge. Was hast du für ein Wieserspack drin? Äh, Weihnachts-Wieserspack. Ich mach das schnell. Fuck, ich brauch ein Ende-Auge. Ich mach schnell die Spitzhacke. Wie lange hab ich für die noch Zeit? Genug. Alter, wir führen hier mega krass. Fuck, das ist ja schon weg, das Ende-Auge. Nein. Okay, dann mach ich den Kessel. Oh, die Pauschi. Ich mach einen Goldapfel. Ja. Die anderen können einfach gar nichts... Macht man da normale Gold-Dinger, oder sind das nochmal Nuckets? Nee, das waren keine Nuckets. Das sind normale Gold. Normaler Gold. Ja, das war ja jetzt anders gut. So, ich mach den Trichter. Aber wenn wir übersetzt... Der Goldapfel ist weg! Doch, du hast den in der Hand. Der Goldapfel ist aber weg, da. Dann ist er weggepackt, du hast ihn eigentlich in der Hand. Nee, der ist eh da, aber hier ist er weg. Ach so, der ist schon weggegangen, ja. Haben wir... Peter, du hast das ganze Leder. Nein, Anna, du hast Clowstone. Hier ist Leder. Ich hab keinen Clowstone. Ich hab keinen Clowstone. Ich hab keinen Clowstone. Cobblestone. Hier. Schnell. Hab ich doch in die Kiste gelegt. Alles klar in die Kiste, ne? Danke. Oh nee, was ist das hier schon wieder? Was ist das hier? Ein Ofen? So. Gut, ich würde mal sagen, wir müssen jetzt... Eine Uhr. Die mach ich schnell nochmal. Oder machst du die Uhr? Egal, ich mach's hier schnell. Die Druckplatte ist... Ist ein Schild. Okay, ist ein Schild. Hast du das Schild schon gemacht? Hast du noch eine Schiene? Ich hab das Schild schon gemacht. Hast du? Ich hab keine Schiene. Doch, ich hab noch Schienen. Ich hab noch Schienen. Ein Quarztrepp ist jetzt so aufwendig. Ich mach schnell die Dings hier. Hm. Ja, ich mach schnell das hier. Boah, das wird knapp, das wird knapp. Oh, zack, ja. Dings hab ich noch. Das auch? Alter, das war grad doppelt da. Was, mein Glück. Mach das, hast du das eh schon längst gemacht? Anna, wo ist das Deck? Wo ist das Deck? Das hab ich schnell, warte. Mach schnell den Lederhelm, das ist du alles. Ich hab das Lederhelm, ja. Ich mach die Druckplatte. Oh nein, nein, der Stein ist weg. Ich hab ihn gedroppt. Oh, nee, das hast du... Das hab ich. Was ist das da? Ist das eine... Das ist eine Eisentür, die hab ich, die hab ich. Mann, ich droppe die ganze Zeit meine Items, jetzt hab ich das auch nicht. Meine Schleimbele sind weg. Alter, zwei Türen, die hab ich genau. Es geht... Es ist vorbei, es ist vorbei. Okay, das hab ich noch geschafft. Brotschaften nicht, egal, wir haben gewonnen. 8.50 Uhr, man, schlecht. Alter, und wie? Penis? Ja, hab ich ja vorhin schon gesagt, er sagt sie mir die Scheiße an. Ja gut, so Team Penis 90. Ändert das A-E-I. Und du denkst, was ist das für ein Name? Schreibt's in die Kommentare, dieses Wort. Gut, die shoppischen Spiele sind somit beendet und das nächste Türchen könnt ihr natürlich wieder bei der anderen gucken und somit sag ich ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ändert das A-E-I. corrected. ладно,ahi-ódė sea we關 das Gäste runter. Ja, ich bin ja, sie scared. Bye. Bin die,ía và alterna. und du dir ministryены will uns Madison. Befin die,овые Welt. Ich bin dieouble, über哪elen? Ja, hat das Delete. Bis zum nächsten Mal, schau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.